Solche Angst? Nein, das stimmt nicht. Bitte, fall mich drauf ein. Das sind bloß Dawson's langweilige alte Tricks. Es gibt keinen Psychopathen hier im Haus. Oh doch, du hast sie ja hierher gebracht. Casey, weißt du nicht mehr, wie das mit Tamara war? Das hier könnte noch schlimmer ausgehen. Dein Motto-Komplex treibt uns noch alle in den Tod. Ich weiß nicht, ich finde sie sexy. Sie steht auf mich, meinst du nicht? Die ist irre. Denk an die Geschichte mit dem Messer in der Handtasche. Also was Cone angeht, hast du einen fürchterlichen Geschmack. Das tut weh, dass ausgerechnet du das sagst. Was willst du denn damit sagen? Was ist denn mit deinem Geschmack, Joey? Du musst noch ins Krab singen vor Sehnsucht nach deinem besten Freund, der nie kapieren wird, dass du dich dauernd morgens, mittags und abends nach ihm verzehrst. Ich verzehre mich nicht nach ihm. Natürlich dreht es nur ab wie immer. Sollen wir mal nachsehen? Ja, sieh mal nach. Sollen wir mal nachsehen? Ja, sieh mal nachsehen. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020